Hallo und guten Tag, mein Name ist Susanne Maisch. Ich freue mich, wenn Sie Lust haben, an meinem Seminar Coaching als Führungsstil teilzunehmen. Aber was heißt es eigentlich, der Coach Ihrer Mitarbeitenden zu sein? Das heißt zum Beispiel, dass Sie in einer sich massiv verändernden Arbeitswelt wirksam sind als Führungskraft. Und das heißt auch, dass Sie ein Umfeld schaffen, das Energie und Motivation freisetzt in Ihrem Team. Und damit verhelfen Sie eben Ihren Mitarbeitenden auch zu einer hohen Leistungsbereitschaft, zu einem starken Wohlbefinden und zu weniger Fehltragen. Erfahren Sie in meinem Seminar, wie Sie mit einer Haltung der freundlichen Stärke führen, wie Sie souveräne Fragetechniken einsetzen und zum Beispiel auch, wie Sie gezieltes Feedback geben. Ich begleite Sie in diesem interaktiven Online-Training mit einer guten Mischung aus theoretischem Input und vielen praktischen Übungen. Ich freue mich auf Sie!